hallo meine freunde der stricknadel hier bin ich wieder mit neuen ideen eure gabi von gabis strickerei das ganze ist natürlich eine dauerwerbesendung so dann haben wir das raglan von oben ich weiß nicht wie viel passend dass ich gestrickt habe bis ich drauf gekommen bin wie ich das machen kann ohne dass mir die ärmel zu weit werden der körper zu eng wird also wem diese ganz normale einteilung passt es geht vielleicht bei ganz kleinen größen oder bei kindern der raglan war ein feldherr wenn man die uniformen anschaut so von diesen soldaten im sechzehnten siebzehnten jahrhundert das sind alles leider größe 140 das sind alles kinder größen also mit unseren maßen und vor allem mit unseren gut genährten maßen überhaupt nicht zu vereinbaren aber ich habe es geschafft ich bin drauf gekommen wie ich das ganze überlöschte dass ich einen schönen raglan habe der die raglan linie auch hier verläuft und nicht hier oder hier oder sonst irgendwo sondern dass der pulli eben sitzt ich habe jetzt leider keinen an von meinen raglan weil ich muss nur fäden vernehmen wir brauchen wolle wir brauchen strick nadeln wir brauchen rund strick nadeln am besten zwei wenn ich zwei rund strick nadeln habe die müssen jetzt nicht unbedingt von der gleichen stärke sei aber zumindest die mit der du strickst und wenn du den pulli anprobieren willst wir können den immer anprobieren den naglern von oben dass du den auf den körperteil auf zwei strick nadeln nimmst das andere kann ein bisschen andere größe sein aber verhättet die nicht strick mit der richtigen nadelstärke weiter und ich nehme immer ganz stinknormale gummiringerl ja der ist jetzt wieder so farb also ganz stinknormale haushalts gummiringerl um meine nadeln zu sichern jetzt habe ich natürlich wieder keine nadel da den wickel ich ein paar mal drum herum und dann können meine maschen schon immer runter wir brauchen maschen markierer da habe ich jetzt diese maschen markierer das sind so plastik dinger gibt es vorsicht werbung beim kick für kleines geld im moment jedenfalls 20 stücken euro oder irgend sowas also ich habe jetzt geschenkt bekommen von meiner sophie von meiner strickfreundin danke liebe sophie sind immer im einsatz sind immer in verwendung wenn du sowas jetzt nicht hast dann kannst du solche schlaufen aus verschieden bunten fäden selber machen geht genauso also gar kein problem an denen soll es an maschen markieren soll es nicht hängen wenn du schon mal mal ein rad lang gemacht hast und überhaupt nicht damit zurechtkommen bist dann probier es mal auf meine weise weil ich glaube ich kann eigentlich eine passgarantie abgeben der passt wenn du nicht verrechnet hast der passt ich habe die berechnung euch geben habe vorgestrickt habe hinten noch meine screenshots dran gehängt dass diese seiten die ich da zusammengeschrieben habe auch für euch nehmen könnt streicht einfach meine zahlen durch schreibt eure zahlen oben drüber dann findet ihr euch schon recht das bringt sie hin da bin ich überzeugt davon nach diesen screenshots habe ich dann noch die ärmelaufnahme gefilmt die könnt ihr euch auch noch anschauen ich habe auch tipps für rund passen stricken schüssel stricken etc habe ich auch ein video ich hoffe dass ich es irgendwie verlinken kann wenn nicht dann schreibe ich es unten in die infobox das könnt ihr euch auch noch ganz gern anschauen ihr könnt euch natürlich meinen kanal abonnieren ihr könnt mir likes da lassen ihr könnt euch meine beschreibung nehmen und mit euch euren rund passen und passen sag ich euren rad lang von oben stricken so nach euren maßen die ihr eben braucht ich habe t shirts ausgemessen oder ein pullover ausgemessen wie bereit mein körper sein muss wie weit mein ärmel sein muss vorsicht der ärmel liegt doppelt also der ärmel hat 40 cm und keine 14 sondern der liegt doppelt und die vorderteile und rückteile liegen zwar auch doppelt aber die können wir so ausmessen also wichtig ausmessen bitte der ärmel doppelt den messen ja von hier nach hier den ärmel dann kommen bei keine ahnung 16 cm raus oder 18 cm raus mal zwei ein ärmel mal zwei und zwei haben wir haben sowieso das wissen wir oder die meisten weit kommen zwei genug der rede greifen wir an viel spaß und eine gute passform tata also was heißt tata jetzt geht's los so wer es noch dran geblieben ist und wissen will wie ich das mache der höre und sehe wir brauchen als erstes eine maschenprobe eine vernünftige maschenprobe sieht so aus ich habe jetzt da 28 maschen angeschlagen mache ein paar kraus rein rechts und links auch in 34 maschen immer in kraus also die randmasche dass ich zwischendrin oder die randmasche und drei normale maschen dass ich zwischendrin mein muster habe ich will es da bloß glatt stricken dann mache ich eben bloß glatt habe jetzt da 20 maschen das weiß ich hier habe ich mit knöpfchen festgehalten was für eine nadelstärke dass ich verwendet habe bei nadelstärke 3,0 mache ich in das gestrick drei linke maschen rein weiß ich 3,0 hier oben habe ich dann 3,5 genommen also 1 2 3 linke maschen zwei rechte maschen und da hinten ist noch eine linke masche dann weiß ich es ist 3,5 ich kann es anfühlen was ist mir von der stabilität recht da wären wir jetzt zum beispiel das 3,0 fast ein bisschen zu fest geht schon aber ist fast ein bisschen zu fest das wäre mir jetzt angenehmer die 3,5 aber wir stricken in runden und ich weiß bei mir wenn ich in runden stricke das wird lockerer wie jetzt das ist jetzt mit rechts und linke maschen gemacht es wird lockerer also bin ich bei meiner 3,0 nadel geblieben die maschenprobe ist wichtig nimm auf gar keinen fall diese angaben was auf dem knäuel sind weil jeder strickt anders und die maschenprobe mit der mache ich dann eben auch waschproben ob sie die waschmaschine den trockner ob sie das alles überleben wenn die maschenprobe kaputt ist egal wenn der pulli kaputt ist mehr als ärgerlich so also ich habe eine maschenprobe dann gehen wir mit der maschenprobe natürlich an die berechnung ich habe eine maschenprobe von 20 maschen auf 10 cm mach dir von diesen zetteln gern screenshot und trage deine zahlen ein dann tust du relativ einfach weil ich habe jetzt zum beispiel größe 42 44 ein anderer hat 36 schreibt deine zahlen einfach schreibt es ab oder machen screenshot und schreibt deine zahlen einfach drüber dann findest dich schon zurecht dann tust du recht einfach so meine maschenprobe also ich habe zwei maschenprozentimeter oder ich sag da immer faktor dazu also ja meine ausbildung sei es geschuldet ich will einen hinteren ausschnitt ich habe mir ein t shirt ausgelegt da war der hintere ausschnitt von also von der oberen von der schulternaht von schulternaht zu schulternaht waren 36 cm du musst das natürlich ausmessen unter dem bündchen das bündchen machen wir erst später hin das kommt erst weg also geh ruhig runter was heißt ruhig runter du musst runter gehen unter das bündchen außer du willst kein bündchen oben hin machen dann schaue es natürlich wieder anders aus den hinteren ausschnitt will ich 36 cm haben von schulternaht zu schulternaht und den vorderen ausschnitt will ich 52 cm haben von schulternaht zu schulternaht das ergibt dann einen umfang eigentlich von meinem ausschnitt von 87 cm also diese zwei zahlen addiert sind 87 cm diese 87 cm mal meinem faktor meiner maschenprobe sind 474 maschen die brauche ich für meinen anschlag dann will ich eine pulli weite haben am vorderteil und am rückenteil unter der achsel von 60 cm 60 cm x 2,0 tippfehler sind 120 maschen will ich meinen körper also den halben körper vorderteil und rückenteil jeweils 120 maschen haben die weite von meinem arm brauche ich das sind 40 cm auch mal 2,0 dann habe ich meine 80 maschen jetzt muss ich ja meinen raglan einteilen wenn ich jetzt den raglan einteile über meine 174 maschen dann hängt mir der raglan sonst wo aber nicht da wo ich ihn haben will ich muss nämlich die hintere ausschnittweite nehmen die hintere ausschnittweite da muss ich jetzt so tun als ob denn der vordere ausschnitt auch nur 36 cm wäre ist er nicht aber ich muss jetzt zur berechnung brauche ich das so die hintere ausschnittweite verdoppeln also die 36 cm mal 2 das sind 72 cm die 72 cm mal meinen faktor sind 144 maschen die meine raglan linie jetzt in dem fall soll aus zwei maschen bestehen pro raglan linie sind vier linien sind eben acht raglan maschen zur alten teilung der raglan nehme ich eben die 144 maschen von hier von meiner vom kleinen ausschnitt ziehe die acht raglan maschen ab dann bin ich bei 136 maschen und diese 136 maschen die gilt es jetzt zum verteilen für den pulli von hier bis hier die 136 dividiere ich durch 6 dann komme ich auf 23 dann brauche ich für meinen arm 23 für mein rückenteil 23 mittelmarkierer 23 da brauche ich dann das doppelte immer die zahl und für meinen nächsten arm brauche ich auch 23 zwischendrin haben wir die zwei raglan maschen und wenn ich jetzt angeschlagen habe dann fange ich ja in der mitte hinten an brauche ich 23 dann kommen zwei raglan maschen dann kommen 23 zwei raglan maschen hier unten hängen die restlichen 23 und diese restlichen maschen weil ich habe ja wesentlich mehr maschen angeschlagen ich will ja da vorne 52 cm haben also brauche ich da mehr tiefe aber die interessieren uns jetzt gar nicht sondern 23 23 2 23 2 ich setze mir auch verschiedenfarbige markierer ich nehme jetzt zum beispiel am rückenteil einen grünen in die mitte dann nehme ich mir hier zwei blaue rechts und links der raglan linie dann kommt mein arm maschen dann setze ich mir hier zwei rote maschen markierer und das gleiche mache ich auf der anderen seite auch blaue bedeuten für mich ich bin auf der rückseite für mich kann schon die farben immer was willst auf der rückseite und rote markierer auch hier zwei immer zwei immer die raglan maschen links und rechts mit markieren versehen weil wir stricken jetzt ja so im halboffenen gestrick und da komme ich einmal von dieser seite und einmal von jener seite also setze einfach zwei markierer weil ansonsten verschiebt es da alles habe ich auch alles schon geschehen gebracht und habe mich gewundert warum es nicht so geht wie ich das vorhatte unbedingt diese zwei und vorne in der vorderen mitte setze ich mir mal einen gelben dann weiß ich wo ich dann bin weil zum schluss haben wir schon ganz schön viele maschen auf der nadel hängen also man blickt dann wirklich nicht mehr durch wo man eigentlich sich befindet jetzt teilen wir das so ein und hier haben wir eben 23 maschen die ich ja eigentlich benötige aber ich habe ja aus der differenz von 144 maschen die ich ja für den inneren ausschnitt sage ich mal brauche zu meinem anschlag von 174 maschen 174 maschen 174 maschen 174 maschen 174 maschen habe ich einen unterschied von 30 maschen und diese 30 maschen müssen auch wieder weg das sind dann pro seite circa 15 maschen 15 wenn du jetzt nicht die 15 maschen wegbringst dann macht es auch nichts aus wenn das jetzt bloß 14 oder 13 sind die paar maschen wir haben 100 maschen auf der nadel und zwei maschen hin oder her spielen da eigentlich nicht die große rolle wir stricken jetzt zuerst diesen offenen halb offenen sattel ich will ja die maschen alle anschlagen dass ich eben meinen kragen sauber aufsetzen kann und ich bringe das nicht zusammen wenn ich da so stufenweise hoch gehe irgendwie dass ich diesen kragen vorne sauber hinbringe aber mit dieser methode bringe ich einfach diesen kragen sauber hin ich zeige dir dann alles im strick auch noch bloß mal zuerst zur erklärung wir stricken ja von hier so rüber in der ersten reihe nehme ich noch keine maschen auf das ist jetzt rechts wir stricken mit rechten maschen in der ersten reihe nehme ich noch nichts auf fahre über meine blauen markierer fahre über meine roten markierer und nehme mir zwei maschen von diesen stillgelegten vom momentan stillgelegten maschen holen wir da zwei mach eine wendemasche und fahre wieder mit links 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 auf die rechten seite eben von meinem vorderteil nehme mir zwei maschen dazu die hängen ja alle auf der nadel nehmen wir zwei maschen dazu mache eine wendemasche und nehme hier jetzt bin ich wieder mit der rechten mit rechten maschen unterwegs nehme hier eine zu strick mein raglan nehme hier eine zu strick weiter nehme hier eine zu strick weiter nehme hier eine zu strick weiter und nehme mir die nächsten zwei maschen also da stricke über die wende masche drüber das spüre schon das ist das knöpfchen und nehme mir die nächsten zwei stillgelegten stillen maschen von der nadel fahre wieder mit links mit links über alles einfach drüber nehme mir wieder zwei maschen mache eine wendemasche also ich mache immer nach dem klar zum wendemanöver brauche ich eine wendemasche mache eine wendemasche fahre wieder zurück nehme hierzu nehme hierzu nehme hierzu nehme hierzu nehme hierzu ich bin mit rechten maschen unterwegs nehme hierzu nehme hierzu nehme hierzu nehme hierzu nehme mir wieder zwei aber hier fangen wir dann zum ersten mal an unsere maschen unsere maschen die ich zu viel habe also diese 15 maschen abzunehmen ich zeige dann alles wie ich es mache komm jetzt wieder nein mache ich noch gar nicht hier stimmt nicht fahre mit links mit links wieder rüber nehme mir die nächsten zwei maschen und diesen stillgelegten fahre rüber und nehme hier zum ersten mal ab das schreibe ich mir auch auf immer hier nehme ich ab da hast du jetzt bloß zwei drei maschen und dann da abnehmen und da zunehmen klingt unlogisch passt aber trotzdem abnehmen zwei maschen stricken zwei drei maschen ich weiß nicht wie viel das drüber hast zunehmen 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 schnappen wir die nächsten zwei das sind ja ganz viele was ich da habe schnappen wir die nächsten zwei macht hier die wendemasche nimm hier ab ich muss immer gegengleich arbeiten nimm hier ab fahre mit links wieder zurück und so geht das spielchen eine ganze zeit lang ich zeige es dir dann noch im gestrick wie ich das mache und wie das ja eigentlich dann auch ausschaut ähm ausschaut ist eigentlich ein ding ausschauen tut in der nähe in der nähe das so hier ist mein kragen aufgesetzt da sieht man gar nichts da ist die kragen dieser doppelte anschlag den ich immer mache und hier sind die wendemaschen und diese zugenommenen und wenn man das einigermaßen regelmäßig macht dann schaut das eigentlich fast aus wie so ein kleines muster hier rechts und links von der kragenseite ich habe hingeschrieben ich zeig dir das in dem video alles weil ich würde es wahrscheinlich selber gar nicht verstehen wenn ich das jetzt bloß einfach so ließe ich nehme acht mal zwei von diesen stillgelegten maschen auf und dabei in jeder vierte reihe eine masche wieder zusammenstecken also dass ich eben diese maschen diese 15 maschen diese bei mir 15 maschen wieder ziemlich weg bringen weil wenn ich die 15 maschen drin lasse dann kriege ich ein zelt also darum muss ich diese maschen wieder abnehmen macht er eine strichliste wenn ich hier herüben hier herüben die erste masche abnehme dann mache ich bloß eine strichliste dann weiß ich rüber 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 wenden ich nehme immer mit rechten maschen ab wenn die masche also da kommt es vor den maschen aufnahmen und da kommt es danach das siehst du schon ich zeige es auch noch dann mache ich mir weil von da bis da das kann ich mir wieder nicht merken wo war ich denn habe ich jetzt abgenommen in der letzten reihe oder nicht und wenn ich dann einen strich habe dann weiß ich ich muss auf der anderen seite auch nochmal abnehmen und wenn ich eben keine abnahme habe dann mache ich mir einen nuller dann weiß ich auch da hinten das schreibt das telefon oder der kommt daher und der kommt daher dann weiß ich nicht mehr wo du bist dann mache ich mir einen nuller dann weiß ich auch auf dieser zweiten seite muss ich nicht abnehmen dann komme ich wieder mache ich einen nuller also so schaut das bei mir dann aus da kriege ich einfach in meinen strich rein und da weiß ich das ist eine abnahme 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 und da habe ich eben nichts gemacht das ist gegengleich hinbringen beim rundausschnitt mache ich das eben mit diesen mit dieser regelmäßigkeit von zwei maschen wo ich zunehmend von den stillgelegten pro reihe linke rechte reiche beim v ausschnitt behalte es einfach bei bis die ganzen maschen die du zu viel gehabt hast aufgebraucht sind bis du auf dem rückenteil genauso viele maschen hast wie auf dem vorderteil oder zumindest ziemlich identisch an der maschenzahl bist da musst du halt zählen wie viel jetzt auf dem rückenteil hast wir nehmen ja immer zu an den raglan linien also in jeder zweiten reihe wird der zugenommen am besten hinten abzählen vorne abzählen bin ich so weit bin du noch nicht so weit aber das ergibt sich eigentlich aus dem anschlag wie tief mein ausschnitt wird beim runden mache ich das jetzt eben acht mal dass ich zwei maschen nehme dann nehme ich habe ich jetzt glaube ich zwei mal zwei bis drei mal je drei stille maschen aufgenommen gewendet und da bei diesen zwei mal drei habe ich jedes mal zwei maschen zusammengesteckt also jedes mal dann danach wieder oder davor wieder abgenommen dass ich meine 15 maschen weg bringe und beim vierten mal also vier stille maschen ich will ja in der mitte dass der kragen wenn der so ausschauen soll dann komme ich hier ziemlich regelmäßig mit da habe ich das 1 2 3 4 5 6 7 8 hier drin hängen meine maschen dann mache ich dreierpäckchen dreierpäckchen viererpäckchen dass das eine rundung gibt ich will es ja nicht spitz sondern dass es eine rundung gibt eine schöne von zweier schritten auf eben dreier schritte beziehungsweise auf dem vierer schritt du kannst es ja hinlegen und kannst dir den ausschnitt anschauen mache ich jetzt in der nummer eine reihe dazwischen nehme ich mehr ab stärker ab oder flacher ab dann wird der ausschnitt eben flacher oder geht eben nach unten ein bisschen in die tiefe so dann wann kommt die armabtrennung das können wir berechnen die armabtrennung ist beim raglan oder bei der rundpasse immer so ein Zeug die schrägen sind ja unterschiedlich lang je größer ich den ausschnitt habe desto kürzer ist die raglanlinie jetzt habe ich hier einen sommerpulli der vom hals ziemlich weit weg ist meine raglanlinie ist nicht so brüllermäßig lang aber einen fixpunkt haben wir und zwar der punkt unter der achsel unter der achsel muss der pulli sitzen der darf nicht zwickern und der darf auch nicht zu weit unten hängen die armabtrennung aber das ist unser fixpunkt und von dem müssen wir aus anfangen zu rechnen von oben runter das ist alles quatsch das ist alles käse kannst du vergessen das passt nie bei mir passt nie bei mir passt nie von eben von unten auf fix ist egal wo der ausschnitt also vor der armstilllegung will ich also ich will hier haben wir ausgerechnet dass ich die weite von 120 maschen brauche am körper das müssen wir jetzt vom körper unten ausrechnen 120 maschen und 80 für meinen arm haben mag hier habe ich es hergeschrieben da fangen wir hier an das ist der punkt 1 meine 120 maschen und meine 80 arm maschen ich mache unterm arm eine zunahme von 10 prozent der maschen das sind zwölf maschen das sind neue die schlagen wir neu auf diese neuen maschen unterm arm stricke ich einmal in diese richtung und einmal in die andere richtung das verwirrt das sind zwölf maschen aber aus diesen zwölf maschen stricke ich ja durch das wenn ich jetzt meine zwölf maschen habe stricke ich einmal in die richtung und dann wieder in diese richtung die nehme ich wieder frisch auf also dann muss ich die auch vom arm abziehen dann komme ich raus dass ich vor meiner armstilllegung 108 maschen brauche also 120 minus 12 ist 108 und beim arm sind es 80 maschen minus 12 sind 68 maschen das brauche ich vor meiner armstilllegung diese zwei zahlen das müssen wir jetzt ein bisschen rechnen und zwar ich nehme an der raglan linie des vorder und des rückteils dann irgendwann dass ich eine vernünftige breite auch von meinem körper bekomme weil die bringe ich sonst nicht hin so jetzt habe ich schneiden müssen und zwar ich habe das etwas verwirrend erklärt beim ersten mal mit diesen wo ab wann ich anfangen muss am vorder und am rückenteil doppelt zuzunehmen also in jeder reihe ich probiere dass ich das jetzt noch ein bisschen besser hin bringe dass ihr das vielleicht besser versteht wie ich das jetzt zuerst gemacht habe und zwar wir haben die raglan einteilung gehabt rückenteil ach nichts rückenteil hier der arm hier das rückenteil ganz am anfang wo wir angefangen haben haben wir 23 maschen für den arm ermittelt und 46 für das rückenteil diese zwei zahlen schreibe ich mal daher haben will ich meine ziel maschen sind am arm 68 und am rückenteil 100 ich habe bei der ersten berechnung auf dem wo ich auch zum screenshot hingelegt habe habe ich vergessen was machen wir denn mit unseren raglan maschen wir haben ja acht raglan maschen also auf vier raglan linien pro zwei maschen sind acht maschen die muss ich auch noch weg tun und zwar diese raglan maschen diese acht tue ich zu meinem körper dazu dann muss ich eben es sind bloß vier das sind vier pro seite es ist immer wieder irgendwo ein hund drin also das 104 sind meine ziel maschen ich will nicht 108 sondern ich komme ja von rechts und links mit dem arm mit jeweils zwei maschen daher sind 104 maschen will ich für mein vorderteil und für mein rückenteil haben dann schreibe ich hier jetzt habe ich da natürlich 100 donnersteher dann schreibe ich hier die 104 her mache es so schreibe es nochmal mit das ist nicht ganz stimmig das da beim arm habe ich die 68 beim rückenteil vorderteil habe ich die 104 wenn ich jetzt die 68 maschen geteilt durch 4 dann kommt 17 manchmal 16 diese hilfszahl brauche ich und zwar in der Reihe 16 habe ich 39 maschen auf dem arm das sind eben diese 23 und 16 zugenommene und auf dem rücken habe ich 62 das sind die 46 maschen wo man auf dem anschlag kam und haben ja auch 16 mal zugenommen wir nehmen ja da überall gleich zu bloß nach unten da müssen wir dann eine doppelte zunahme errechnen und wo das beginnt so rechnen wir das am besten aus also du schreibst dir diese zwei zahlen hin und 16 und 16 23 plus 16 und 46 plus 16 die zwei habe ich drauf und dann nehme ich in jeder zweiten runde oder egal in jeder in jeder Reihe weil wir nehmen jetzt einmal zwei maschen auf und einmal gar keine also kann ich auch sagen pro Reihe eine nehmen wir ja zwei maschen auf also 39 beim nächsten mal wenn wir aufnehmen haben wir 49 43 45 47 und so runter bis wir zu den 68 zielmaschen gekommen sind das ist meine armlänge und hier möchte ich auch auf dieser da sind wir dann in der Reihe keine Ahnung Reihe 28 schreibe jetzt einfach hin stimmt zwar nicht aber in dieser Reihe möchte ich eben da die 104 haben wenn ich jetzt so in zweier schritten von hier weiter gehe von 62 eben dann auf 64 66 dann komme ich bloß bei 92 maschen raus die reichen mir aber nicht ich will 104 haben dann schreibe ich da die 104 hin in der nächsten da muss jetzt ich dann minus 4 weil ich ja da 4 immer zunehmen will dann haben wir 96 dann haben wir 92 dann haben wir 88 dann haben wir 84 dann haben wir 80 so und jetzt muss ich schauen jetzt habe ich es natürlich 3 4 5 6 so und hier in dieser Reihe das habe ich jetzt auch nicht ganz sauber geschrieben in dieser Reihe wenn ich 57 Maschen habe habe ich auf meinem Rücken 80 und ab diesem Punkt muss ich dann anfangen mit meinen Zunahmen Vorderrückenteil rechts und links davon in jeder Reihe zuzunehmen und dann habe ich wenn ich dann mit meine meine Maschen meine wenn ich meine Armmaschen erreicht habe habe ich dann automatisch auf dem Körper meine 104 Maschen du siehst ich habe das jetzt 5 mal durchgerechnet und jetzt ist wieder ein Hund drin aber und jetzt mein Mensch aber jetzt aber jetzt hast du es doch ganz gewiss ok zwei Maschen hin oder her spielen das nicht so die Rolle wir haben einen Haufen Maschen ob ich 102 Maschen oder 104 Maschen habe also das ist gerade wurscht da brauchst du nicht aufhängen deswegen was ich hoffe du hast es verstanden ansonsten musst du es dir halt ein paar mal anschauen irgendwann wird es schon klingeln ich habe auch eine Zeit lang gebraucht bis ich da drauf gekommen bin siehst ja hier habe ich die 80 Maschen erreicht und ab den 80 Maschen muss ich nicht plus 2 plus 2 sondern da muss ich eben die plus 4 zunehmen so ist es so gehört es noch jetzt da dann habe ich euch hingelegt zum Screenshot weiter hinten ich schnipfel jetzt in dem Video ganz wild rum ganz hinten diesen Screenshot vergiss ihn ich hänge jetzt da gleich noch den Screenshot hin mit der sauber geschriebenen Matrize von dem da du Screenshots machen kannst das habe ich jetzt ich habe mir schon einen Zettel geschrieben dass ich was ich jetzt noch alles sagen muss oder den dann wenn ich einen neuen Knäuel anfangen das mache ich immer an der Seite oder da an der Fake also an der Fake Naht diese Fake Naht diese linke Masche mache ich natürlich auch unter dem Arm also am Körper unter dem Arm wenn ich da meine Knäuel wechsle dann kann ich das ist ja innen drin diese linke Masche ist innen drin eine rechte Masche erscheint als rechte Masche und in dieser rechten Masche kann ich prima meine Fäden vernähen also das zum Fäden ansetzen und eben ganz hinten ist der Screenshot der falsche ich hänge diesen Screenshot jetzt da gleich direkt dran und von dem kannst du dann gern ein Screenshot machen so jetzt lege ich euch das nochmal ups zum Screenshot hin dass ihr das Screenshoten könnt das war die erste Seite da fehlt jetzt natürlich wieder der Dinger ach du Schande es ist doch schlimm aber die habe ich ja lang und breit erklärt das seht ihr dann schon das ist die zweite Seite dann sauber geschrieben ist da wie ich diese 104 Maschen von unten drauf rechne hier rechnen wir von oben runter und hier von unten rauf und da wo unsere Zahlen identisch sind das switchen wir dann von der 2er Zunahme in die Zunahme in jede Reihe da habe ich es hingeschrieben in der Sechenbeispiel in Reihe 16 zum Beispiel zum Anfangen na jetzt startet er ja auch noch und es sind dann 31 Runden beziehungsweise das ist das Doppelte natürlich das sind 60 Reihen bis unten hast du das jetzt Screenshoten können aber jetzt und jetzt mir fällt natürlich immer wieder was ein und zwar ich zeige euch das jetzt noch schnell ich bin weniger jetzt an meinem Pulli habe ich jetzt mittlerweile weiter gespricht ich habe die Teile jeweils auf einem extra Faden jetzt habe ich da dummerweise lauter rote verwischt nicht dass du das alles auf einen Faden sonst kannst du nicht reinschlupfen also und die lasse ich auch offen hängen das ist der vom Arm der ist ein bisschen kurz geworden ne das ist er vom Arm die zwei gehören zu den Ärmelmaschen die zwei gehören zu den Körpermaschen die könnt ihr jetzt hier rausziehen ich habe jetzt wo ist das Vorderteil hier ist das Vorderteil weil da habe ich einen gelben Markierer rechts und links vom Vorderteil siehst du das wie so eine Art Abnäher reingestrickt diejenige die den Pulli bekommt ist recht gut gebaut nach vorne weg die braucht mehr Maschen sonst stetscht der so und die habe ich eben hier mit ein da kommt die Masche runter die wusste eigentlich wer und habe jetzt eben da noch zwei Zentimeter zugenommen drei Zentimeter zugenommen rechts und links von meiner Fegnaht hier sieht man es das ist so richtiges Dreieck dass der Pulli nach vorne eben weiter wird und hier innen drinnen eben da mache ich meine Fadenwechsel äh meine Knäuelwechsel und kann hier schön meine Fäden vernähen und jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein und wenn mir wieder was einfällt dann müsst ihr in Gott's Namen rein beim nächsten Podcast rein gucken vielleicht habe ich sie dann habe ich bis dahin auf die Reihe gebracht sorry für mein stolperhaftes Filmvergnügen aber ich kriege jetzt einen Vogel ich hätte jetzt auf aus diese doppelte Zunahme sonst finde ich das nicht mehr äh hänge ich dann hänge ich dann einen extra Markierer mit rein ins Gestrick und hänge mir da zum Beispiel habe ich es jetzt hier auch so da ist meine normale Zunahme und das ist das wo ich doppelt zunehmen will weil sonst rennst du da drüber also ich habe da mein vorder ne das ist das Rückteil am Rückteil von der von der Raglan Seite das sind meine zwei Raglan Maschen eben mein doppelten drin dann weiß ich immer zunehmen und das gleiche ist eben vorne auch habe ich es da reingehängt ja da habe ich meine zwei Markierer da habe ich einen das ist mein Arm am Arm mache ich plus jede zweite Reihe dann haben wir die Armabtrennung ich bin jetzt soweit dass ich alle Maschen ich habe jetzt vorne und hinten meine erreicht meine Maschenzahl erreicht die ich für meinen Körper und für meinen Arm brauche dann lege ich mir alles auf Fäden das tue ich nur das tue ich nur auf dem Kontrastfaden mit der Stopfnadel oder mit der Sticknadel oder was ist denn das für eine mit der Nadel halt auffädeln da kann nichts passieren das Ding wenn ich jetzt soweit bin dann stricke ich mein Kragen auf den Kragen kannst du so schön aufstricken auch wenn es dir vielleicht zu weit ist dann kannst du mit rechten Maschen weiter dann machst du den Kragen von unten mehr oder weniger kannst du mit rechten Maschen deinen Kragen noch schließen oder du also dass der ein bisschen enger wird oder du das sieht man überhaupt nicht oder du strickst das Bündchen halt an und ob das jetzt 3 cm oder 4 cm oder 2 cm plus ist das ist ja du kannst es immer an probieren wie es dir am besten gefällt so den Kragen aufstricken und gucken ob der Armausschnitt passt der Armausschnitt wenn dir grad unterm Arm wenn du das Vorderteil und das Rückenteil zusammen ziehen kannst und es geht dann unterm Arm grad ebenso zu das reicht das reicht weil durch diese zwölf Maschen die wir jetzt dann nochmal aufnehmen unterm Arm die geben die die knicken so nach das knickt dann so nach unten weg die zwölf Maschen also das sind jetzt mehr wie zwölf Maschen das knickt so nach unten weg und das ist dann eben das Spiel was du unter der Achsel hast das reicht für das reicht übrigens locker dass der unter dem Arm nicht kneift und dass der auch nicht bollt weil wir wollen keine Kneife und keine Bolle unter dem Arm haben die linke Masche dann nicht vergessen unter dem Arm aber das zeige ich euch dann nachher noch ich mache immer Fehlknäte ich mache zwischen dem Vorder- und dem Rückteil eine linke Masche der Pulli verdreht sich nicht so du kriegst nicht so ein Spinsam weil wir wir stricken das ja immer in Runden sonst gibt es so eine Spirale und die Spirale hat eben die Eigenart dass es sich verdreht also der der aus der ganze Pulli hängt dann schief am Körper so wie so T-Shirt manchmal gibt es bei T-Shirts die die und dann kommt die Seitennaht immer Richtung Richtung Bauchnabel oder Richtung Rücken mit dieser Fake-Naht ist dieses Spielchen unterbrochen der Pulli bleibt da wo er noch kehrt und das gleiche mache ich beim Arm auch also unterm Arm hier mache ich meine meine eine ich stricke den Arm auch in Runden da mache ich eine fake linke Masche die reicht eine linke Masche reicht und der Pulli dreht sich nicht mehr um unter dem Arm nehmen wir dann die 12 Maschen auf zwischen Vorder- und Rückteil jeweils also auf jeder Seite und setzen mitten rein einfach eine linke Masche aber der Arm ist ja eigentlich kommt erst später wir machen ja jetzt bloß die Unterarmaufnahme und strecken zuerst unseren Körper wenn es die 15 Maschen also bei mir 15 Maschen nicht ganz weggebracht hast ist auch wurscht wir Frauen haben und Busen Männer haben meistens vorne sind vorne auch breiter wie hinten am Rücken also zumindest was unten was in der Ecke wo wir jetzt uns befinden mit dem Pulli macht das nichts aus wenn jetzt am Vorderteil ein paar Maschen mehr sind für den Busen den müssen wir noch unterbringen dass uns der nicht eingedätscht ist also das da mache ich immer ein bisschen lockerer dadurch dann entweder in jeder zweiten Runde oder in jeder Runde oder bei ganz furchtbar stark bußigen Frauen du kannst ja auch in einer Runde oder in einer Reihe auch nach deiner Mitte nach deiner zwischen Vorder- und Rückenteil-Mitte Vorder- und Rückenteil-Mitte Seitennaht so ein Quatsch nach der Seitennaht vom Vorderteil wenn jetzt ich da mein Vorderteil habe hier ich kann ja hier auch hier mal zunehmende Masche dann mache ich zwei Maschen dann verdoppel ich die Masche dass ich da eben Richtung Brust ein bisschen mehr Maschen reinbringe ich sage jetzt dann ist der Busen nicht ganz so eingedätscht dann den Körper kannst du entweder in A-Linie stricken oder geradeaus runter stricken oder du nimmst ein paar Maschen ab unterhalb Richtung Taille und nimmst dann wieder zu zur Hüfte zu das kannst du ja gestalten wie du magst dann bist du unten fertig offenes Bündchen geschlossenes Bündchen Mäusezähnchen Varianten ohne Ende dann nehmen wir den Arm den haben wir den Körper fertig dann machen wir den ersten Arm bei der Aufnahme von diesen zwölf neu angeschlagenen Maschen da bringst du mit Sicherheit 18 Maschen raus bis das Loch schön zu ist und diese Differenz von diesen Maschen die ich ja jetzt da zu viel habe die schaue ich dass sie schnellstmöglich wieder losbringen du kannst entweder oh wir zwei Maschen zusammenstricken zwei Maschen stricken zwei Maschen zusammenstricken zwei Maschen stricken schau dass die die restlichen sechs Maschen also die jetzt meinetwegen jetzt in dem Rechenbeispiel die restlichen sechs Maschen dass dir äh relativ flott wieder weg bringst meine Schnüre von den Armmaschen wo ich die Armmaschen aufgefangen habe die lasse ich drin hängen weil die hilft mir nämlich beim zweiten Ärmel dann zum Arm runter nehme ich meistens mal sechs sieben Zentimeter nehme dann rechts und links von meiner fake linken Naht äh fake linken Masche ab hänge mir da ein Bändel oder irgendeinen Markierer rein strick die nächsten sechs Zentimeter du kannst es immer anprobieren oder je nachdem wie weit oder wie eng du deinen Ärmel manche wollen geradeaus Ärmel und unten so Puffärmel dran kannst du ja gestalten wie du willst wenn du bei den Abnahmen aber markiere ins Gestrick hängst also die nicht mit wandern dann tust du beim zweiten Ärmel leichter ich kann nämlich durch das dass ich ja links und rechts am Ärmel also bei beiden Ärmeln diesen roten Faden drin habe dann kann ich die Ärmel schön aufeinander legen ich halte nichts von Reihen zählen ich vergesse da immer welche das geht sich bei mir überhaupt nicht aus aber wenn ich eben meine beiden Ärmel habe die eben mit diesem roten Band gekennzeichnet sind dann kann ich die schön aufeinander legen und weiß genau ich brauche noch so viel und dann muss ich eine Abnahme machen und jetzt geht es dann an die Nadel ich stricke euch jetzt da so die in Details vor wie ich das mache nein ich hoffe bloß dass es irgendeiner kapiert hat mit dem mit dem mit dem mit dem wo ich beginnen muss mit den Zunahmen aber vielleicht kommst du selber auch noch drauf also jetzt gehen wir ans stricken jetzt schlagen wir mal an wir haben jetzt jetzt geht es an die Strickerei ich habe jetzt einen Ausschnitt von 87 cm wir brauchen ungefähr die vierfache Länge für den Anschlag es ist nervig wenn bei bei 170 Maschen mir meine Schwänzle ausgeht dass ich nicht mehr anschlagen kann also viermal mache ich das es ist großzügig mit viermal aber das ist egal es bleibt uns sowieso so genügend Wolle über auf das kommt es nicht drauf zusammen also 9,18,4,36 3,60 m 3,60 m nehme ich mir von meinem Faden weg einfach so spannbeite 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 drehe den um nehme den zurück und fange hier wo mein Schwänzchen aufhört mein Schwänzchen aufhört mit dem Anschlag an ich schlage hier meine Maschen an das Schwänzchen lasse ich dann fallen die erste ist eine Doppelmasche weil ich ja doppelt schon den Faden habe aber nur hier bei der ersten Masche und jetzt da schlage ich ganz normal meine 174 Maschen oder die halt du brauchst schlage ich dann ganz normal an so jetzt habe ich natürlich nicht 176 angeschlagen sondern einfach weniger das ist ja bloß ein Demonstrick dann machen wir den Magic Loop und das ist das Schlimmste vom ganzen Pullover Stricken die erste Reihe das ist wirklich das Schlimmste also für mich schon ich habe keine so kurzen Nadeln ich habe nicht rundstück Nadeln in allen Längen und Varianten jetzt muss ich eben mit dieser langen da umeinander fuchteln das wird besser das wird besser aber die erste ist also die erste Reihe nervt mich nervt es schieb das soweit zurück ich habe natürlich auch nicht besonders viel Maschen aber wenn du einen Kinderpulli machst dann geht es da auch nicht anders man hat auch nicht viel mehr Maschen wie ich jetzt auf der Nadel habe so das ist mein Doppelter hier geht es weiter jetzt musst du schauen dass hier das schön innen läuft und strick die erste Doppelmasche wo ich da habe dem sei ja geschuldet weil ich einen doppelten Anschlag gemacht habe strick die erste ab und diese Doppelmasche und ziehe die dann nach Möglichkeit oh das ist schon so eng auf der Nadel und ziehe das gleich drüber so dann habe ich wieder meine 174 Maschen also die Maschenanzahl die ich gebraucht habe und jetzt setzen wir in der ersten Reihe gleich unsere Markierer so und jetzt strickst du deinen halben Rücken also bei mir die 23 Maschen ich mache jetzt keine 23 auf dem Demostück habe ich jetzt ich bloß 80 Maschen angeschlagen aber zur Bedeutlichung des Ganzen war jetzt da mal meine Maschen so jetzt habe ich meine Maschenzahl erreicht bis zur Raglan Linie zeige ich halt mit ach die habe ich noch nicht erreicht ach die habe ich noch nicht erreicht dann hänge ich mir meinen blauen rein dann mache ich meine zwei Raglan Maschen und hänge mir wieder meinen blauen rein jetzt komme ich zum Arm jetzt brauche ich meine Armmaschen abzählen dann bin ich ja bereits nach meinem Arm also das ist die rückwärtige Mitte die hintere rechte Raglan Naht jetzt bin ich auf der Vorderseite dann brauche ich eben meine roten Markierer mache meine zwei roten Markierer rein und Upsa Erdbeben Erdbeben Entschuldigung und Strick weiter Strick weiter bis zu meiner rückwärtigen Mitte Seite diese Raglan Markierer die wir dann von rückwärts her einsetzen und das ist eben dieser Kampf immer mit diesem Magic Loop und diesem und diesem jetzt kommt mir jetzt habe ich die Maschen nach vorne geschoben jetzt kommt mir der Zulauffaden von der falschen Seite dann muss ich das so lange rumdrehen bis mir der Zulauffaden entweder hier na jetzt ist doppelt also das ist die verkehrte Seite dann muss ich hier ausdrehen jetzt muss ich so lange rumdrehen bis irgendwie dieser Malefiz Zulauffaden wieder von der richtigen Seite kommt so jetzt habe ich es geschafft mit dieser Nadel durchdrehen und jener Nadel durchdrehen dass es unten wieder einigermaßen vernünftig ausschaut dann hoffe ich dass ich das richtig erwischt habe dass dieser Kreis sauber geschlossen ist wenn dich das extrem nervt dann mach doch einfach lass das offen strick es nicht zusammen und mach einfach zwei Reihen also die Rückreihe dann eben in linke Maschen und nähe wir haben sowieso ein Anfangsfädel wir können den Kreis auch später das bisschen was zusammennähen dann blockt man sich nicht gar so mit dieser mit dieser wenn man das Kleid sofort zur Runde schließt das wäre auch noch so ein Tipp habe ich auch schon gemacht geht auch und man tut sich leichter weil auch die Maschen abgestrickt sind und ja es geht eigentlich leichter aber jetzt machen wir es halt so ich bin jetzt bei meiner rückwärtigen Mitte angekommen und jetzt kannst du nochmal nachprüfen dass das eben schön in der Mitte läuft und nicht verdreht ist weil hier hättest du jetzt noch die Möglichkeit das sind jetzt zwei Fädeler was da zwischendrin hängen hier hättest du die Möglichkeit das nochmal zu korrigieren ohne dass du den ganzen Anschlag wieder aufmachen musst so und jetzt da zählen wir auch von diesem Markierer vom hinteren Mitte meine 23 Maschen zurück also ich brauche jetzt noch eine 23 zählst du zurück hängst den Markierer ein den du brauchst hängst den nächsten blauen wir sind auf der Rückseite hängst den nächsten blauen nach zwei zählst deine Ärmelmaschen ab und machst du dann noch zwei rote ja so jetzt habe ich nur die zwei roten reingesetzt wenn ich jetzt dann nämlich bloß einen Markierer reinsetze in diese Raglan Linien die kommen jetzt einmal von dieser Seite und einmal von jener Seite und dann ist die Raglan Linie nämlich versetzt weil dann nämlich der Markierer nämlich nicht vor sondern hinter der Raglan Linie ist und um diesen Fehler gleich mal von vornherein auszumatzen deswegen eben diese zwei Markierer setzen dann schaut das so aus so und jetzt da stricken wir weiter jetzt bin ich eben vor meinem von meiner rückwärtigen bitte bis vor mein Raglan aber in der ersten Reihe nehmen wir nicht zu die da stricken wir jetzt einfach drüber bis zwei Maschen nach unserem Raglan Markierer nach unserem roten jetzt habe ich die zwei Maschen abgestrickt dann mache ich eine Wendemasche also ganz normal abstricken die beiden umdrehen wir stricken jetzt mit links und ziehe den Faden nach hinten besten in diese Richtung diesen Faden ziehen dass wir die da aus der einen Masche sind jetzt das ist die eine Masche da sind jetzt zwei Füßchen draus vorn und die stricken jetzt stimmt ja gar nicht ich mache es immer wieder wenn die Masche so doch nochmal nochmal aufstart die muss ich natürlich zuerst abheben die hebe ich einfach ab und ziehe dann nach hinten dann habe ich hier diesen Faden hängen und dann stricken wir ganz normal mit linken wieder zurück bis zum nächsten roten markierer so jetzt bin ich mit links zurück über die rückwärtige Mitte drüber bis ich wieder vorne bin auf den linken Seiten machen wir gar nichts da kann man ganz einfach stricken die linken Seiten sind ganz entspannt aufpassen müssen wir bei den rechten Seiten also wenn wir rechte Maschen stricken den Faden jetzt brauche ich da wieder also ich bin jetzt zwei Maschen drüber habe gewendet nehme den Faden nach vorne hebe die Masche ab und ziehe eben diesen schön nach hinten dass nach Möglichkeit sich jetzt da hat sie das jetzt verschränkt das will ich nicht dass sich das verschränkt das schaut nämlich zum Schluss schlampig aus sondern dass das schön drauf ist wir wollen einen schönen Pulli also nach vorne abheben anziehen jetzt sind sie parallel schau jetzt stricke ich nur eine Masche jetzt sind wir auf der Seite jetzt müssen wir unsere Raglan Zunahme machen du kannst die Raglan Zunahmen entweder so machen das bloß dann hast du halt da rechts und links der Raglan Linie Löcher ich will jetzt keine Löcher ich stricke die aus dem Querfaden verschränkt raus und ich achte da jetzt nicht drauf ob ich auf der rechten oder auf der linken Seite bin von meiner Raglan Linie ich stricke immer alle gleich raus weil das sieht wirklich niemand ob das jetzt rechts geneigt oder eine links geneigte Zunahme ist die Zunahme besteht nur aus so einem ganz mini kleinen Knöpfchen also das sieht wirklich keiner wer es machen will kann es machen ich mache es nicht also dann stricken wir eben bis zum blauen Markierer machen da die nächste Zunahme wenn ich am blauen Markierer mache ich die nächste Zunahme Querfaden und aus dem Querfaden dann verschränkt raus Maschenmarkierer rüber Maschenmarkierer und die Raglan Maschen diese zwei die die sind ganz dick die bleiben beieinander bis ans Lebensende bis die Raglan Linie vorbei ist wieder aufnehmen wieder aufnehmen mit lauter Markierer wo wir drin haben da nehmen wir natürlich nicht zu das ist nur die rückwärtige Mitte also da drüber hier wieder aufnehmen hier wieder aufnehmen wenn ich da vorne bin sehen wir uns wieder so jetzt habe ich meine Zunahme gemacht an meine Raglan Linie jetzt bin ich wieder mit rechts eben hinter meiner Raglan Linie da habe ich noch eine Masche und hier ist diese Wendemasche die spürst du das ist ein wenig so Knöpfle das ist diese Doppelmasche und diese Doppelmasche strecken wir auf einmal ab so das sind ja hier unten zwischen den zwischen den Hals äh zwischen den auf der Vorderseite zwischen den Raglan Linien das sind ja diese äh normalerweise habe ich da mehr gehabt äh diese still gelegten Maschen jetzt nehme ich mir zwei von den stillgelegten Maschen Stücke ab und drehe wieder um nehm leg den Faden ein bisschen vor heb die Masche ab geh unten durch und mach meine Doppelmasche und geh mit links ganz entspannt wieder rüber bis hierher so jetzt bin ich mit links eben wieder vorne an meine Markierer angekommen habe eine Masche links gestreckt stecke die zweite auch noch links und hier spüre ich wieder meine Doppelmasche die mache ich auch eine linke dann nehme ich mir von diesen runden stillgelegten Maschen wieder zwei dazu drehe um nehm die Masche auf zieh nach hinten dass mir die Doppelmasche erscheint mach noch eine und jetzt machen wir die Abnahmen wir müssen die 15 Maschen wegbringen dann das ist eben das paradoxe äh hier abnehmen hier zunehmen du kommst ja dann weiter auseinander aber am Anfang schaut das wirklich doof aus ich habe meine Wendigmaschen mach eine Masche die nächsten beiden stricke ich rechts zusammen so wenn ich die rechts zusammenstricke dann ist das für mich auf der rechten Seite das Zeichen ich muss meinen 1 machen ich habe eine abgenommen so jetzt da bin ich vor meinem raglan markierer jetzt muss ich da wieder zunehmen dann mache ich meine raglan naht mit auf der rechten Seite mit unsere Zaunahmen also es ist wirklich komplett bisch bisch ja nicht nachvollziehbar ich stricke hier meine Wende mache hier eine Abnahme und mache zwei Maschen später schon eine Zunahme aber das passt so äh das ist so glaub es mal jetzt stricke ich mit rechts wieder rüber bis ich hier bin so auf der rechten Seite bin ich jetzt wieder rüber habe überall meine raglan zumahmen gemacht jetzt habe ich hier meine Wendemasche ich muss abnehmen in dieser Reihe nun ich habe mir einen Strich gemacht dann muss ich eben auf dieser Seite das Telefon schalten kein Mensch mehr weiß habe ich abgenommen habe ich nicht abgenommen aber hier ist mein Strich dann gehe ich drei Maschen bevor ich zu dieser Wendemasche komme die stricke überzogen zusammen also die erste abheben die zweite stricken und überzogen zusammen stricken jetzt haben wir auf der anderen Seite unseren Strich gemacht dann mache ich noch eine rechte dann kommt die Wendemasche die Zangstrickte dann nehme ich mir die nächsten zwei Strich drehe wieder um setze mir die auf die andere Nadel ziehe mit dem Faden nach hinten habe hier meine Doppelmasche und gehe wieder links ganz entspannt links zurück so jetzt bin ich wieder auf links mit links auf dieser Seite angekommen mache ich wieder meine linken fahr über meine Doppelmasche die ist jetzt hier spürst ich habe es gesehen überhaupt oh Gott wo bin ich denn wieder gewesen spürst und nehme wieder die nächsten beiden von den Rundenmaschen drehe um mache meine Doppelmasche und fahr zurück und zwar diesmal ohne Zunahme dass ich das nicht vergisse wir sind jetzt rechts da fangen wir an da ist unser Rundenbeginn dann mache ich mir da meinen Null wo ist der hässlich worden aber ich weiß jetzt wo ich bin also wenn ich jetzt hier rüben bin weiß ich da steht in Null keine Abnahme erst wieder beim nächsten Mal also in jeder vierten Reihe jetzt stecke ich nochmal rüber jetzt bin ich auf der Seite angekommen huch habe ich jetzt eine Zunahmereihe habe ich überhaupt eine Abnahmereihe oder passt es jetzt so dann sehe ich hier ich brauche nichts machen ich brauche bloß einfach drüber fahren und mir die nächsten zwei das kannst du im übrigen auch aufschreiben wie oft hast du zwei schon aufgenommen hast weil auszählen können wir das nicht mehr also wenn du jetzt zwei dann schreibst du bloß einfach zwei hin immer auf der rechten Seite wo du anfängst schreibst du damit schreibst du ein bisschen mit aber du kannst dann zwischendrin was da an Maschen noch hängt siehst ja wieviel das du noch stillgelegt hast da siehst du noch wieviel das stillgelegt hast wie du mit deiner Rundung hinkommst das kannst du ja dann hinlegen und dann siehst du das schon so jetzt zeige ich dir nochmal naja nicht das Wendemanövers sondern nochmal das zusammenstricken bleibe ich da so jetzt bin ich mit der linken Seite wieder vor meiner Wendemasche stricke meine Wendemasche ab mach zwei dazu wende wieder und jetzt bin ich an der neuen Zählreihe also vorher habe ich keins gehabt jetzt mache ich wieder eine Abnahme auf jeder Seite also meine Wendemasche eine Masche stricken die zwei zusammenstricken rechts zusammenstricken wenn ich hineinkomme da ist auch rechts so rechts zusammenstricken da haben wir schon die zweite abgenommen du kannst auch aufschreiben wieviel Maschen du abgenommen hast strick dann wieder bis zu meiner Raglanlinie und nehme hier wieder zu strick wieder rüber bis hier herüben und dann zeige dir das nochmal jetzt bin ich wieder auf meiner anderen Seite angekommen ich weiß ich habe da noch einen Strich stehen also muss ich jetzt hier abnehmen wieder drei Maschen vor meiner Wendemasche überzogen rechts überzogen zusammenstricken eine rechte meine Wendemasche und noch zwei Maschen ich bin jetzt natürlich schon vorne zusammenkommen weil ich zu wenig Maschen angeschlagen habe Wende wieder und entspannt mit links zurück so das war jetzt ich hoffe dass du das verstanden hast und wenn ich dann diese drei Maschen eben von diesen Strich dann mache ich vorher schon also da mache ich bei jeder rechts rechts Reihe eben die Abnahmen dass ich einigermaßen mit den Abnahmen hinterher komme wenn du das zwischendrin dann aussetzt so eine Zwischenbunde machst so wie wir jetzt wie ich jetzt hier gemacht habe dann bringst du die Maschen nicht weg du musst zum Schluss schauen dass du die Maschen ein bisschen auf die Seite bringst du kannst auch wenn du es unten zu hast immer noch das ist ja jetzt so das sieht man jetzt natürlich nicht viel hier immer so dieser dieses Muscherle Moment ich kann es vielleicht auch besser zeigen was sind wir denn hier da habe ich dann unten am Hals hier unten auch nochmal zwei einfach so abgenommen also eben auch einmal rechts und einmal rechts verschränkt abgenommen dann läuft diese kleine Unregelmäßigkeit die läuft dann durch dann schaut das aus als ob sie es so kehren würde und du kannst halt doch wieder zwei Maschen weg so das war jetzt das zu dem erhöhten Kragen und das ist wie der was heißt erhöhter Kragen das ist ein Quatsch und verkürzte Reihen machen wir auch keine weil das ist das gleiche Käse in diese Art der Strichtechnik kann ich eben von oben her schon mit dem Muster dazwischenreihen setzen bei verkürzten Reihen habe ich das Problem mir fehlt dann halt einfach die Masche ich bringe mein Muster nicht unter ich bringe auch den Streifen nicht unter weil der Herd dann einfach irgendwo mitten im Gestrick drin auf so kann ich das machen das sind immer ich komme immer bis zum Hals vor wenn ich jetzt den meine meine soweit fertig bin mit meiner also von der Technik her dürfte sie jetzt passen dann setze ich den Kragen auf fange ich eben hinten an da ist es natürlich ein bisschen leer schlampt hier habe ich überall zum Kragen aufsetzen schöne Maschen wo ich rein bohren kann und kann mir den Faden und zwar gehe ich durch die ganze Masche durch also nicht bloß vorne diesen so aufziehen so sondern durch die Masche da siehst du richtig die Löcher und durch dieses ganze Loch gehe ich durch und hole mir meine rechten meine rechten Maschen meine rechten Maschen meine rechten Maschen ja meine durchgehende aber ich meine das kannst du jetzt auch vorstellen und gehe ich in jedes in jedes Loch eben einmal einmal rein hole mir meine Masche gehe ins nächste Loch hole mir meine Masche und da sieht man nämlich wirklich nichts also da ist kein Übergang am am Aufsatz zu erkennen das geht nahtlos durch wenn ich jetzt weitermache mit zwei rechts zwei links Maschen so ein kleines Bündchen plus dran steck dann nehme ich jede siebte und achte Masche zusammen also du kannst nicht mit dieser Maschen weiter stricken es soll ja ein bisschen enger werden dann schon steht da der Kragen weg also siebte und achte Masche ich mache zwei rechts zwei links zwei rechts zwei links und eben in der braucht für diesen Rapport eigentlich neun Maschen weil die zwei rechts zwei links zwei rechts eine mit der nächsten linken stricke ich eben die zwei linken zusammen mache noch eine linke habe ich neun Maschen und habe nur acht Maschen auf der Nadel als siebte und achte Masche ne rechts eins zwei drei wurscht egal siebte und achte Masche zähl ich selber ab siebte und achte Masche stecke ich zusammen und dann mache ich meinen Kragen Abketten tue ich ganz normal mit einem überzogenen Abkett ja kann jeder brauche jetzt extra Zeug glaube ich nicht dass ich das extra zeigen muss was ich euch noch zeigen möchte eigentlich ist wie ich unterm arm die Maschen aufschlag das habe ich jetzt alles schnell runter Maschen aufschlagen einfach wie schaut es denn hier wieder aus einfach einfach ja ich habe jetzt einmal gestrick jetzt will ich die Maschen aufschlagen dann schlage ich die einfach so auf dann nehme ich jetzt meine zwölf Maschen zwischen dem Vorderteil und dem Rückenteil und stricke dann auf der Seite also das ist jetzt natürlich der Kragen klar aber das ist dann dieses Loch was da erscheint wenn ich jetzt die alle abstrick diese Maschen dann habe ich so ein riesen Loch wenn du für den Ärmel diese Maschen wieder aufstrickst also diese zwölf beziehungsweise du kriegst aus dem Ärmel mehr Maschen raus fass die Maschen nicht so ganz knapp gerade an dieser Kante das zieht sich da so runter fass sie nicht so ganz knapp hier auf sondern schau dass es irgendwie oder verdrehe es ein bisschen oder irgendwas dass da keine an der Seite nicht so große Löcher entstehen da musst du ein bisschen schauen wo da wo da rein die Maschen aufnimmst weil wir haben ja dann da am Arm diese Rundung wenn du dir das jetzt vorstellen kannst das sind die neu aufgenommen und hier muss ich ja hoch also das ist ja weg dann da und hier muss ich hoch und da zieht sich das dann eben so dass so Löcher sind such dir was oder wirklich zwei Maschen rum rum noch mal du musst ein bisschen umeinander bohren noch ein bisschen rum spielen dass du da unter dem Arm nicht solche alten Löcher rein bringst ja und das war eigentlich so ziemlich das meiste ich schau mir jetzt das ganze Video nochmal an wenn ich was vergessen habe hänge ich es nochmal hinten dran aber ich glaube dass ich ich glaube dass ich fertig bin ich werde zum Screenshot wollte ich das nochmal hinlegen das mache ich jetzt noch schnell dass wir euch ein Screenshot machen können nicht von meiner verschmierten Matrize von meiner verschmierten Vorlage sondern von der ordentlichen da mache ich noch schnell einen Ausdruck so jetzt lege ich die nochmal zum Screenshot hin ihr könnt sie Screenshoten und für eure Belange verwenden an einer weiteren Veröffentlichung von irgendjemand bin ich natürlich nicht unbedingt interessiert ich habe hier auch noch die Richtungspfeile eingetragen von welcher Richtung wir fangen hier an strecken mit rechts rüber die erste ohne zwei mit zwei Stellklickte mitnehmen wieder zurück also ich hoffe dass ich es lang und ausführlich erklärt habe passt auch die Farben auf macht euch das mit die Farben das dient euch wirklich zur Hilfe dass überall verschiedenfarbige Malkiere drin sind also das habt ihr jetzt screenshoten da hat die Zeit gereicht dann kommt das zweite also hier die die was bin ich denn so schief hier eben ausprobieren deine Zahlen minus eine feste Konstante und minus diese feste Zahl habe ich eben 72 oder 54 Maschen auf der Nadel diese konstante Zahl und wenn das nicht zusammenpasst so dass das auseinander läuft so wie hier eben dann müsst ihr es mit einer anderen Zahl probieren irgendwann habt ihr die Zahl draußen das ist nicht so dramatisch das ist ein bisschen herumrechnerei und 2 und 4 immer diese konstante abziehen von hier und diese konstante abziehen von hier und dann kann Schraufrechner eben da mit 2er schritten und da mit 4er schritten ob du dann bei deinen erwünschten maßen rauskommst also besser erklären kann ich es nicht mehr und hier habe ich das auch noch zum Screenshot hergelegt ich hoffe ich hoffe dass alles drauf passt und ich hoffe dass ich das meiste erzählt habe ansonsten viel spaß beim stricken beim vielleicht sich die Haare ein bisschen raufen mit meiner Anleitung aber das geht schon das passt schon tschüss bei der Gabi viel spaß jetzt bin ich doch glatt mit meinem Pulli soweit dass ich euch die Ärmelaufnahme noch zeigen kann also wir haben natürlich das Vorderteil Rückenteil und die beiden Ärmel alle auf separate Fäden gezogen die lasse ich drin das spielt keine Rolle also jetzt habe ich meine Ärmelmaschen hier aufgenommen und hier sind jetzt diese zwölf Maschen wo ich zugenommen habe das ist so ein riesen Loch und diese zwölf Maschen fallen unterm Arm nach unten also von der Achsel bin ich jetzt soweit herunten bis mein Ärmel angeht also das an ein Loch unter der Achsel das reicht mir also bis hierher wenn ich es angezogen habe habe ich da gerade unterm Arm zubracht und jetzt habe ich noch diese Weite reicht übrigens reicht übrigens so jetzt klappt es natürlich ein bisschen weil ich den einen noch auf der Nadel habe jetzt nehme ich habe ich meine Armmaschen alle aufgefasst da dabei gilt auch zu beachten dass ich manchmal diese Maschen ein bisschen verschlupfen schaut da unten hängt noch eine drin da hängt noch eine drin die brauche ich aber auch weil ansonsten haben wir eine Laufmasche wenn ich jetzt meinen Fäden da anziehe siehst jetzt kommt sie zum Vorschein jetzt habe ich sie so das ist meine letzte Masche die ich stillgelegt habe am Anfang ist es auch so ist nicht so extrem immer wie bloß hinten dran aber 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 auch einen neuen Knäuel so und jetzt nimmst du am besten die Häkelnadel und geh nicht hier so rein sondern hier und hol dir eine neue Masche und hänge sie drauf die sind dann manchmal verdreht aber das spannste dann beim absprechen schon also hier ein bisschen Schwänzle so jetzt habe ich eine die nächste könnte ich hier nehmen ein zwei die nehme ich auch von da innen also nicht so ganz weit außen her holen die nehme ich von hier sieh mir das auch gescheit also da wo halt dass keine so riesen Löcher entstehen hier sind die frisch angeschlagenen da habe ich schön meine vorgegebenen Löcher eigentlich wo ich zunehmen kann und jetzt nehme ich die mal schnell alle auf jetzt habe ich die unten eben aufgenommen und jetzt komme ich wieder hier hoch zur da ist meine erste und das zieht sich so und da irgendwo reinstechen dass sich keine so großen Löcher aufmachen limitierter limitierter nur dass das schön zu ist unten das Loch da habe ich noch was das ist natürlich ein bisschen getrimmelt der Maschenmark hier der hängt auch noch drin den brauchen wir jetzt auch nicht müssen wir raus aber ich brauche da noch ein bisschen was bisschen geht es der Maschenmarkierer raus jetzt dann bis ich oben hier habe ich meine erste Masche so das geht jetzt haben wir hier an frisch aufgenommenen Maschen habe ich mit Sicherheit mehr wie zwölf eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neunzehn neunzehn Maschen also ich will aber nur zwölf für meinen Ärmel haben dann muss ich von denen was ich jetzt da zu viel habe aber ich brauche das um das schön zu zu machen diese zwölf bis neun sind sieben Maschen diese sieben Maschen nehme ich ratzfatz hier ab also in zwei drei Reihen sollten die verschwunden sein diese zusätzlichen sieben Maschen die ich jetzt braucht habe um das Loch schön zum schließen dass der auch an der Schräge da und hinten von hier habe ich meine linke fegnaht das ist jetzt das Körperteil eine linke fegnaht eingebaut und jetzt da geht's mache ich eigentlich zuerst mal mit der Rundstricknadel und dann gehe ich über auf Spielstricknadeln aber das kannst du so machen wie du willst mit was du besser zurecht kommst die besten Maschenstopper sind diese Nadelmaschenstopper und so kann ich eben mein Pulli also dieses Teilchen von Pulli mal schnell drüber schmeißen und kann gucken ob das auch passt oder ob oder ob es doch nicht passt aber ich sage dir eins das passt wenn du es richtig ausgerechnet hast passt es und hier ist eben diese Radlarnnaht diese gebogene Radlarnnaht schau äh das ist jetzt natürlich wieder alles verheddert diese gebogene Radlarnnaht die mir eben diese zusätzliche körperweite bringt wenn du von oben anfangst mit dieser Rechenformel 1 Drittel 2 Drittel 3 Drittel und einfach deine Radlarn machst du kommst nie hin so so brauche ich den Körper ab jetzt ab jetzt fällt mir momentan auch wieder nichts mehr ein das war es zur Armaufnahme also ich hoffe dass ich jetzt das alles habe ab jetzt jetzt bis 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 Vielen Dank.